Die ganze Scheiß-Fliegen in meiner Fresse geht mir auf den Sack. Ich muss mal schalten, Scheiße. Mann, warum musste ich alles für Snapchat aufnehmen? Scheiße. Ich hole dir jetzt einen. Ja! Hallo YouTube! Oh, Alter, mein Handy! Oh, diese Scheiß-Fliegende! Hä? Ja! Morgen auf YouTube! Nein, fahr doch, fahr doch! Oh, ich bin im dritten! Hey! Ich habe gesagt, ich hole euch einen und ich habe gesagt, ich werde der Rafa fliegt auf die Fresse! Ja, okay, mit dem Longboard ist der Weg echt krasser. Ja! Woher holt das? Erstmal durch die Siedlung! Nein, der geht! Alter! Alter! Und dann habe ich's da eingeholt! Dane, den ist das, für mich nicht so. Oh! Da ist vliegen.